Ja, guten Morgen, guten Abend zusammen, hier ist nochmal euer Lottitan alias Sven Duncan und ja, das geht mal jetzt raus an die ganze Massengesellschaft, diese asozialen und rechten Fehlverhaltensgestörten und geprägten Unmenschen, ja, die immer nur Scheiße labern, verdrehen, hetzen, diskriminieren, verurteilen, Bindeideologie erheben und noch mehr. Normale soziale Menschen, so wie ich eben, können nicht in eurer kranken, ja, wie soll man sie nennen, Kapitalismuswelt arbeiten und funktionieren nach eurer Perfektionsideologie, ja. Ja, wir sind dann eben arbeitsunfähig, in dem Sinne natürlich, wir geben Leistungen, wir machen sehr viel, eben kann ich auch sehr viel geben an, ja, Beiträgen, die ich eben mache und eben, ja, mein Wissen und eben mein Verstand öffnen und auch teilen, eben für das soziale, menschliche Gemeinwohl und Gemeingut. Ähm, dass es eben viel Falsches gibt, viel asoziales und rechtes Fehlverhalten in der Gesellschaftsschicht global gesehen, was sich aber auch eben in Deutschland widerspiegelt, was sich besonders eben gerne auch in virtuellen Plattformen widerspiegelt, da die Menschen sich da verstecken können, große Schnauze haben können und eben sich hinter Fake-Bildern und Fake-Namen, wie gesagt, verstecken können und nicht zu sich stehen brauchen, ja, sondern einfach nur Scheiße geben können. Ähm, real sieht das so aus, dass, äh, eben real diese asoziale und, ähm, ja, rechte Verhaltensstörung integriert wurde in die Gesellschaft, warum auch immer, anstatt, dass man eben sich sozial und menschlich dagegen behauptet hat, hat man es integriert in die Gesellschaft, es ist ein Teil dieser Gesellschaft und, ähm, ja, eben, wie gesagt, soziale Menschen, die eben nur ihr Leben leben und, ähm, besonders wenn sie wie ich Einschränkungen haben, ähm, fallen dann raus aus der Arbeitswelt, fallen dann raus aus dem Gemeinwohl- und dem Gemeindeprinzip, weil wir eben ja nicht in dieses asoziale und rechte Klischee passen und uns nicht diese Massen an Irrglauben, ja, einfach, ähm, ja, anpassen können. Müssen wir auch nicht, ja, ich brauche mich nicht asozialen und rechten Fehlverhalten anpassen, ich brauche mich auch nicht auf das sinnlose Niveau runterschrauben, dass so einige Unmenschen haben, ähm, ich werde weiterhin Tracks und Beiträge bringen, damit sich eben real, vor allen Dingen etwas behauptet gegen dieses asoziale und rechte Fehlstreben, diese Fehlbildung und das Fehlverhalten, was wir nun mal haben, was sich eben virtuell noch gerne widerspiegelt und wo diese, ja, Unmenschen sich austoben, ja, weil sie es real teilweise schon nicht können, weil real genug Leute wach sind, dass da Riegel vorgeschoben werden. So, das ist mein Beitrag hierzu, euer Lord Titan, alias, vielen Dank, allen noch einen schönen Tag und ihr könnt euch weiter für meine Rente bücken und kriechen, ihr habt es noch nicht verstanden, worum es geht und dass ihr selber schuld seid an den Problemen, die wir haben. Peace.